Ich will ein Spiel mit euch spielen. Hallo und herzlich willkommen zu Golfit. Wir spielen eine Horror-Map. Und zwar nicht allein, sondern... Äh, äh, wer ist denn noch mal alles dabei? Stellt euch mal selber vor. Vorlesen wusstet ihr wohl noch können. Der liebe Spielsatz Fail ist dabei, der Olli. Hallo. Ich bin heute irgendwie leicht, ähm, daneben. Die liebe Kim, die Manari, ist dabei. Hallo, das hat so lange gedauert, dass ich alt wurde. Es tut mir leid. Ja, der Daniel ist auch dabei. Ich bin der Daniel, aber das macht nichts. Lasst uns einfach loslegen, damit ich das jetzt hinter mich kriege. Also man sieht schon, die Stimmung passt zu einer Horror-Map, ne? Ich starte. Es war eine horrormäßige Anmod. Und wir können schon mal dazu sagen, Alex hat's da rausgesucht. Das erklärt dann hoffentlich alles. Das ist gar nicht wahr. Naja, vielleicht ein bisschen. Geht's hier schon los, oder was? Keine Ahnung. Stand da ne Erklärung. Das ist der Horror, die geht nicht los. Oh, da ist er ja wirklich. Da ist Billy. Ja, das Spiel ist ja tatsächlich. Ach, die Beilchen. Okay, wie schön. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin irgendwo hin. Aber es war vielleicht gar nicht eure Kollision. Ich hab keine Ahnung. Wie soll man das denn machen? Ich komm da noch nicht. Ich komm hier nicht zur Ruhe. Das ist nicht wahr, ein wildes Alex da. Oh no. Ach komm, Alex, was sind das für die Kindergarten hier? Ich will jetzt hier wenigstens mal nie gehen. Ich hab doch keine Ahnung, was ich da rausgesucht habe. Oh oh. Weiß man, wie man da weiterkommt? Ja, ich bin oben. Oh Gott. Das ist ja schön. Ach komm, da geht's ja noch was. Ach nö. Das ist so eine fiese Kratte. Komm, komm, komm. Nein, nein. Das war ganz geil. Das ist ja nur das erste Loch. Ey, was ist denn das? Ja, das ist ja nur das erste Loch. Ich schaff's, ich schaff's doch nicht. Hä, wieso nicht von mir? Oh. Hä? Okay. Alex. Was? Ich kann doch nichts. Das ist eine dumme Karte. Ich möchte nur erwähnen. Wer hat gesagt, Alex, such mal eine Map raus. Was habt ihr jetzt davon? Mann. Ja, ich bin oben. Passt doch. Alles gut. Ist doch easy. Nach 80 Schlägen. Oh, die ist echt furchtbar. Die kommt zurück. Ah, da hab ich den noch doller gemacht als den vorigen. Ist ja super. Ach du Scheiße, ist das ein Dreck, ey. Das gibt's doch wohl echt gar nicht. Gottes Willen. Ich jetzt da. Ich jetzt da. Das ist ein Witz. Oh. Gute Nacht, ey. Hab ich's geschafft? Ich hab's geschafft. Oh, nee. Irgendwie. Das ist nicht zu fassen. Ich bin drin. Nein. Ey, das kann's doch auch schlecht irgendwie. Oh. Was? Ja, doch. Ich hab's geschafft. Ich hab's nicht verbraucht, ich verbraucht hab. Unten rechts. Unten rechts. Hört mir nicht angezeigt. Ach so. Das hatte ich beim Spielen aber auch, ja. Dann kann ich's dir ansagen, bist jetzt bei 15. Okay, danke. Und da oben wirst du erst richtig Freude haben. Hä? Ach so, dann haben wir 15 Schläge eingestellt. War das so? Ah. Was ist das denn? Och, come on. Viel zu doll. Oh. Stopp. Ach, das ist schon das Ziel? Nein. Was ist denn jetzt so? Ih. Ih, der wird durchgesägt. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ja, sägen. Ich will auch sehen. Oh, komm schon. Das hast du auch falsch verstanden, Klin. Ich werd hier nie ein Ziel sehen. Ich weiß gar nicht, wo. Ach da. Da schreit einer. Nein. Komm, ey. Das ist jetzt ein Scherz. Das ist richtig, oder? Ach, das ist doch ein Witz, ey. I wanna play a game. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Ach so, das war ein Teleporter? Nee. Hä? Ich check's nicht. Oh, Leute. Das macht so keinen Sinn. Das ist das zweite Mal. Nicht ganz so doll. Nicht ganz so doll. Nein. Was gibt das wieder los hier? Es gibt's doch nicht. Oh, ich hasse sowas. Jetzt, ey. Nein, komm. Oh, bitte nicht. Was machst du denn jetzt? Okay. Das leckt grad ein bisschen, ne? Jetzt geh doch da rein. Wie knapp ist denn das gerade? Guten Tag. Oh, endlich. Ey, das dauert ja ewig viele Schläge. Oh, ich glaub, ich hab Strafschläge. Ah, nee, ich seh grad. Alex. Hier ist grünes Wasser. Nein, ich treff dieses dumme Tor da hinten net. Ach, da seid ihr. Ja, ach. Ja, sie sind da nicht. Hä? Was denn jetzt? Ja, es dauert einen Moment. Aber bist du immer noch nicht durch? Der Teleporter dauert einen Moment. Du bist doch da. Durch nicht, aber... Oh, Gott, nein. Ja, ja. Nö. Das war mein letzter Schlag. Komisch. Warum stand jetzt bei Kim gerade 16? Ich dachte, wir haben 15. Ich dachte auch. Ja, das machen wir auch mal lieber vorsichtig. Ups. Ach, hei. Ach, hei. Ach, hei. Oh, Gott. Nein. Also, die Map hat sehr schöne Musik. Oh. Hat sie? Ach. Ja, ja. Ich kenne ihn. Aber... Gott, was? Höh, Game Over? Ich weiß ja nicht. Was soll das denn heißen? Soll man da nur ran oder nicht? Ich glaube, da solltest du rein. Rein, ne? Ja, würde ich nicht mehr aussagen. Da ist ein Rohr. Hoch, da ist ein Loch und ein Rohr. Wie du da rumgeeiert bist, habe ich dich ja fast noch überholt. Ja. Okay. Ach, rei. Messerchen. Das Messerset wartet wieder mal auf uns. Nein. Ach, warum? Die Scheißkollision. Mann, ich hätte mich da perfekt positioniert. Ja, ich mich auch. Bis du dann da warst. Ja, sag mal. Du bist doch hinterher gekommen. Ach, da ist. Okay. Ah, wie schön. Okay, komm zur fröhlichen Ritzstunde. Ach, ne, jetzt kommt der wieder. Ja. Ah, okay. Komm auf. Fahr mal zu. Ein Birdie. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ach, jetzt ist das dumme Messer, ey. Unerwartet von der Seite gekommen. Das hast du nicht voraussagen können. Die sind auch so unberechenbar, wie sie da aus der Wand kommen. Diese Suspense Musik. Der fliegende Samurai. Das ist doch echt nicht. Ich glaube, da steht jetzt, also bei mir steht jetzt 16. Ja, ja. Bei mir auch. Ach. Haben wir doch mehr? Keine Ahnung. Bei mir steht 17. Ja, 17. Also 20 war, glaube ich, die maximale Dings. Ach hier, der nebelige Vorgarten ist doch harmlos. Silent Hill. Dollar, traut ihr euch nicht? Boing. Dollar ist gleich übern Haus. Da ist doch so eine Zielscheibe, die man treffen konnte. Boing. Ja, jetzt frage ich mich auch. Jetzt müssen wir um die Ecke, glaube ich. Oh. Ah, das war ja fast zu doll. Hä? Ah, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Oh Gott. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Ach du Scheiße. Ihr könnt euch auf was freuen. Oh Gott. Ach nö. Ach, come on ey, du blödes Spiel. Mach doch Bande. Ha. Damn. Was ist denn das für ein Scheißrad aus der Hölle? Oh nö. Ö. Wo bin ich jetzt? Okay, ich bin rüber gefallen. Feier. Wir werden ja alle Spaß haben, ne? Ich sehe überhaupt nicht, wo es da lang geht. Es ist die Horror-Map, nicht die Disney-Map. Ja, ja. Schon klar. Eine Disney-Map, das wäre toll. Spaß kannst du woanders haben. Ja, du bist ja Disney-Fan, ne? Ja, aber ist schöner. Klassischer Disney-Fan. Total. Da ist, da ist, da ist, da ist. Eigentlich gar nicht. Aber es wäre trotzdem schön. Mann. Wo ist es denn lang? Ja, ich würde sagen hier runter. Was macht er hier? Wie er die einfach umgeboxt hat, die Alte. Jetzt geht er runter. Voll schön. Das sieht so aus, als wenn ich hier runter soll, aber wer weiß es. Mann, dann geht er doch wenigstens ganz runter. What? Wer hat mich denn jetzt angestoßen? Okay, da bleibt man liegen, Daniel, ne? Achso, da muss man liegen, ja. Und jetzt? Warum haue ich denn jetzt so doll, dass ich wieder oben liege? Toll. Hä? Ich raff das nicht. Okay, da hinten geht es weiter. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Dann lasse ich mich mal mitnehmen. Ein Würstelkörbs vorbei. Ja, ich lasse mich nicht mitnehmen. Oh je, meine. Oh Gott, was? Ey, wie? Ähm. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nein. Ach, come on, ey. Echt jetzt? Oh Mann, ich muss mich mal bei dieser Rampe da hinlegen. Ah. Na toll. Ach, da ist das Ziel. Wie schön. Ja, da freue ich mich doch. Hat ja auch eine 16 Schläge gedauert. Nein. Oh Gott. Die Zeit, finde ich, ist ein bisschen knapp. Ah, jetzt, wo du sagst. Wer fliegt, wer fliegt. Nein, nein, nein. Ich muss... Ah. Oh Gott. Oh. Nein, meiner rollt noch. Die Zeit habe ich ja gar nicht beachtet. Eieiei. Ach, wieder so eine Gemeinheit hier. Was macht der Nu? Der Schreie. Oh Gott. Das sah ein bisschen komisch aus. Das sah ein bisschen komisch aus. Das sah ein bisschen komisch aus. Einmal in den Schrank rein. Ist aufgeräumt. Ja, die Animationen sind allererste Sahne. Oh hey, ich muss Jason treffen. Ex-Martin. Oh, da hinten, er hat wieder einen getötet. Ihr Schweine. Okay. Geht's hier weiter? Muss ich jetzt Jason Xen? Oh Mann, wer hat mich denn jetzt weggekickt? Ja, ich war's nicht. Ich vielleicht. Muss man wirklich das X treffen? Ja, man muss das X treffen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Nein. Ich habe hier schon zweimal seine scheiß Maske getroffen. Sehr lustig. Steht der bei euch noch? Ja. Bei mir ist der umgefallen. Bei mir ist er umgefallen. Achso, und jetzt ist das Loch da. Achso. Es ist noch gar nicht vorbei. Ah, verstehe. Boah, das ist super nervig. Jo. Geht doch. Ich habe ihn die Klöten getroffen. Gilt das? Setz ihn bestimmt auch außer Gefecht. Eggshot. Eggshot. Und schon wieder. Das ist ein Double Kill, ja. Also ich bin da gerade echt schwanzfixiert scheinbar. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Und jetzt? Da ist das Loch jetzt, oder? Ja, genau. Kannst du gleich nochmal in die Richtung schlagen. Aber nicht zu doll. Ach Gott, da ist noch ein Hüppel. Aber dann. Ich bin boh. Das war ein Stößchen. Ja. Oh. Schön. Na, hat der Spaß mit der Map? Oh, super. Also lustig ist die schon. Finde ich. Ah ja, ich spinne. Oh Gott, wie ging das denn hin? Da ist Sumpf was. Aha. Oh, guck mal, da sind fliegende... Super, danke. Danke, Alex. Ich hätte jetzt mich bedankt. Oder wir haben irgendwie... Was ist denn jetzt gerade I? Die Spinnen. Achso. Das sind wir gerade irgendwie beim Mönchskoer, oder was? Das sind sehr gläubige Spinnen. Ach man, ich bin auf die falsche Seite. Alter. Das kann ja auch, natürlich. Ja, das kann ja wieder eine Freude werden. Kann ich nicht einmal Glück haben? Kann ich nicht einmal in die richtige Richtung rollen? Nein, also wie soll ich denn an der vorbeikommen? Halt's Maul, du blödes Ding da oben. Was bist du eigentlich? Ich mache jetzt ein bisschen anders, aber... Oh ja! Okay, das hat gut geklappt. Wir sind da hoch. Geh du weg hier. Oh nein! Mach mal eher so knapp. Nee, okay, den muss man doll machen. Alles klar. Wer auch immer das war. Hab ich dich gerade mit hochgeschossen? Ja, sowas von. Bam. Oh. Oh. Aha. Upsi. Da war ein Geist. Geist. Nein, Geist. 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 Ihr habt mich noch nie in Horror-Let's-Play-Spielen sehen, ne? Äh, äh. Weil es keine gibt, oder? Ja, es hat auch Sinn. Ich schläge immer wieder solche Spiele vor, ja. Aber immer... Nein, ich doch auch nicht. Du musst mal in den Eisner Leichtnis spielen. Das ist so gut. Nee, 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 nee. Dann würde ich längst nicht mehr hier unter uns weilen. Aber ich will das sehen. Ach so. Ja. Ich live vor der Kamera... Vor dem Spiel dann krepier. vom Alex Yolo, ne? Yolo. Ah, geil. Ähm. Shit. Das Horror-Lädchen. Hihi. Siehst du Audrey? Ach ja, Audrey, genau. Ja, cool. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Sag mal Danke, Kim. Hä? Na, nö, die Killer-Pflanzen. Echt jetzt da? Die ist schon wieder. Spuck mich wieder aus. Spuck mich wieder aus. Sag mal, wie komme ich denn da vorbei? Oh, das ist aber ein langer Weg hier. Mama mia. Hey! Jetzt wurde ich auch gefressen. Mama mia, bitte ria. Wo komme ich denn da wieder? Hä? Die spuckt mich ja sonst wo hin. Oh, geh. Und da kannst du dann mal effen hier, ne? Weil hier... Weil die ein... Komplett hier... Och, nö. Ich war so... Wo spuckt sie mich denn hin? Oh, gut hier. Nein, nein. Nicht wieder da. Nicht wieder die Pflanze. Weg, weg, weg. Ah! Die hat mich gefressen. Ja, die hat uns alle... Oh, die dumme Sau hat mich gefressen. Oh, und jetzt spuckt die mich irgendwo hin. Und jetzt habe ich die Nächte nicht gefressen. Ich bin hier nur am rumhüpfen. Wo, wo, wo? Hä, hallo? Hörst du mal auf damit? Findest du das geil? Ja, ja, ja. Oh. Oh, ohne nachzusetzen. Oh, nö. Und ich kann nicht mal F drücken? Oh, da ist gefährlich. Da ist schon wieder eine Pflanze. Ja, ja, ja. Da ist gefährlich, Daniel. Och, geh. Spuck dich jetzt schön eine Ecke nach hinten. Oder irgendwo hin. Komm ich denn da jetzt vorbei? Ja, durch die unsichtbare... Nee, durch die sichtbare, aber nicht Kollisionsang... Ja. Ja? Nein! Komm schon. Beide in der Pflanze drin gerade. Komm schon. Oh, Gott. Also, ich habe das Gefühl, ihr schmeckt beide nicht besonders gut. Blödes Miststück, du. Oh, jetzt höre ich ja natürlich echt beschissen rum. Oh, hey, da ist ein Facehugger. Ja, komm. Ach, komm. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich bin froh, dass meine Maus ein Kabel hat. Ja, sonst würde ich schon längst an der gegenüberliegenden Wand hängen gerade. Jetzt hat die... Jetzt hat die Pflanze Alex im Lauf geschnappt. Das ist ja auch so. Ja, nochmal! Und ja, gleich zweimal. Was soll das? Die lutscht dich kaputt. Und nochmal. Sag mal, die will mich doch dissen hier. Hör jetzt auf, du blödes Ding. Hau ab. Lass mich effen. So. Ach, jetzt war es das, oder was? Vielleicht sind wir gerade in Disneyland, ja. Da ist ein Facehugger. Oh, 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 oh. Der ist aber auch wirklich eklig. Ich meine, das haben Facehugger... Uah! Facehugger so an sich. Jetzt bin ich auch durch die Wand geflogen. Oh. Oh, der geht... G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g Achso, ach du Schreck Oh ne, dafür liege ich jetzt garantiert ungünstig Oh, da kommt eine Spinne raus Oh, scheiße Oh nein Toll, nicht so doll Oh, ah doch Diese blöde Badewanne ist so riesig Und ich treffe natürlich wieder kurz dahinter Mann Ach, das kostet Schläge, das kostet Schläge So Was ist das für eine scheiß Map? Wer hat denn die ausgesucht? Alter Ja, ich komm jetzt, aber hier Ach du Schreck, okay Ja, hallo Noch doller Wo bin ich denn jetzt? Ich bin wieder zurückgeswitcht Ich auch vorhin Es ist nicht so leicht Also da kann die Badewanne Ach man, diese Kollision Ich kann nix dafür, ich bin grad gelandet Grad zum Landeanflug angesetzt Ach nö Ich glaub ich mach hier mal ein Batschettfinger auf Jedes Mal, wenn Olli Kollision schreit Dann drückt jeder ein Außer mir hoffentlich Ich vertrag nicht so viel Und habe den Weltraum Sieht aus, als wenn du die Rainbow Road entlang fährst, Alex Nein Ach nee Ey, das kann doch nicht sein Ich mach diesen Abstand Dann fliegt der sonst wohin Beim nächsten Mal Was ist denn das hier? Hä? Ich hab extra gewartet Was ist das Auto? Was bist du denn? Oh, was ist das denn für ein Viech? Guten Tag Moin Moin Hä, warum? Wie? Wer bist du denn? Ich seh nichts dahinter Ist da was? Sollen wir uns ins Dunkle reintrauen? Okay Auf jeden Fall ist da eine Fahne Warum erschrecke ich denn verdammt? Von diesen hässlichen Figuren Ah, nein Ach, dann muss man Haul in Worn machen Ach, müssen muss man gar nichts Achso, man wird zurückgehauen Ist ja auch toll Ah Nein Nein Ach, warum mach ich denn so doll? Ich hab am Ziel geschnuppert Ach, nö Das ist ja blöd aus der Entfernung Ah, sorry Warum entschuldige ich mich? Du hättest es sowieso nicht reingeschafft Was soll das denn? Jetzt wird er aber hier garstig Nein, nicht Weil ich hab gesehen, dass es nicht klappt bei dir Was soll das heißen? Nicht jetzt grundsätzlich Ah ja Ein Klassenzimmer Hui Das Klassenzimmer war auch mein größter Schreck Ja, Albtraum, ne? Legt man nie ab Diese Angst Toll Also das war es schon mal nicht Hä? Ach man Warum lande ich denn jetzt da? Ach, wie viel Pech kann man denn da haben? So Rampe Los geht's Danke Weg da Das war keine Absicht Ey, ich bin Ich bin Opfer höherer Gewalt Ich werd hier nur durch die Gegend geschossen Das geht Ähm Ich mach noch nichts Oh Fährt das irgendwie oder so? Heute Wir gehen Oh, oh To learn About Das war jetzt auch nicht besser Gravity Ergänze ich mal Und jetzt Bin ich beim X I Wer bist denn du? Oh Gott, was? Ja, was mach ich jetzt hier? Oh Hä? Muss ich hier sein? Hä? Oh, ich fall runter Oh, oh Heute lernen wir über Irgendwas Supernatural To learn about the supernatural Aber Wo soll man denn jetzt? Ja, wo jetzt hin, ne? Ich würd jetzt einen weiten Schlag machen Ich hab keine Ahnung Ach, wir müssen da rüber Ganz da rüber Irgendwie müsste vor mir aber was passieren Weil ich hab hier alle im Weg gerade Ach, da hin Ach ja, jetzt ich's auch Oh, ich bin vorhin durch Muss man aber doll sein Doll machen, oder? Was? Meine Maus hat sich grad irgendwie Warte X, mach Ja, Mann Setz mich unter Druck Ja, ich kann nicht, wenn du nicht machst Ich bin hinten durch An die Tafel Und dann hinten durch Auch clever Genau Kann nicht, wenn einer zuschaut Ach, toll Genau gegen Sindern Das ist doch nicht wahr Hä? Was war denn da jetzt? Ich glaub, das war ich Entschuldigung Da unten geht's weiter Okay Ah, toll Jetzt hänge ich hier Nein Jetzt hör doch auf in der Scheiße Ach, Mann So komm ich da auch nicht durch Ach, komm Ich seh nicht so ganz Was da passiert Deswegen Hä? Und jetzt? Ist da eine Hä? Dahinter? Das sind aber die Die erste hier, oder? Wo soll ich denn da hin? Achso Auf den Kurs weiter Ah, jetzt lieg ich auch noch ganz nah dran Muss denn sowas sein? Okay Hat irgendwie geklappt Das war zu weit Das war zu weit Das war zu weit Was sind denn das hier für Geräusche? Das war zu weit Oh, nein Das war nicht zu weit Ach, komm schon Jawohl Ach, du blöde Spiel Ach, komm Da machst du einen ewig großen Anlauf Und dann macht das so, als ob ich keinen Speed drauf hab Oh, hey Slenderman Der hat einen Anzug an Ich glaub, der heiratet Ein freudiges Ereignis Wie schön Du bist, dass der Tod entscheidet Hä? Taucht da auf einmal ein Loch auf, oder was? Ja, das ist ein Loch Also, das ist einfach Nee, das ist da so Das taucht nicht auf Ich wollte ihn gerade ins Gesicht gucken Da war es vorbei Oh, nein Na toll, ey Das liege ich super ungünstig Super ungünstig Ungünstig Muss mal hier hin, sorry Ach, du Scheiße Wie soll man denn da Shit Einmal über den Nein, nein, nein Das hätte klappen können Yes Huch Oh, Mann Warum komm ich denn immer wieder an der Stelle an Was ist das denn für eine Sorry, aber was ist das denn schon wieder Ah Kollision Los, alle im Kotzen jetzt Bullshit, Dingo Bullshit, Dingo Oh, endlich Endlich Ach, nö Dann fall ich da runter Ich würd kotzen Ah, scheiße Kurz vor Es ist ja gar nicht das Kann man diese Kamikaze Samurai Da hat die verschwinden Sorry Achso, über das Ding Also optimal Liegst du nicht, Kim Weil du musst Gerade durch, ne Und ich muss Dollar machen Ah, doch Okay, es nordet dich ein Ach, Mann, Dollar Was hab ich gesagt Luch Dollar So Schmackers Ja Was Wer ist dieser Schmackers Was passiert nun Rudi Schmackers Kennst du nicht Oh, hallo Wer bist denn du Super Jetzt brennt die Kugel Echt Ach komm, ich bin doch durchgefallen Ich bin aus der Schule Sie sind durchgefallen Aber wieso das denn Das war zwar jetzt nicht ganz Adäquat zitiert Aber ich weiß, was du meinst Holgers ist raus Wobei inhaltlich Ob man raus ist oder durchgefallen Kommt natürlich auch Was ähnliches hinaus Ja, das war's So, jetzt kommt The Ring Oder was Oder wo war das mit dem TV Ja, das ist The Ring Das ist Samara, oder? Ich glaub, so hieß er Sieben Tage Get inside the TV Ja, toll Ich geh auf ihren Hals Auf ihren Nacken Super Oh shit, ich war durch Und hab wieder Dings gemacht Oder was Ich bin auf ihren Hintern gelandet Ja, ich bin durch To the well Okay In den Brunnen Und ins Gesicht Die hatte ein ganz schön Großen Hintern Hä? Was? Sag mal Wo bin ich denn jetzt? Also, bevor ich hier was mache Müsst ihr mal alle verschwunden sein Oh, da ist der Brunnen Und das war zu weit Oh, oh, oh Ja Und das war nicht zu weit Das hat erstaunlich schnell geklappt Das war zu weit Und das war zu weit Und die hast du mich gemacht? Nee, ne? Und das war zu weit Nein, ich fliege hier Ich kann dir zugucken Oh Gott Oh Mann Und das war nicht zu weit Der sieht gut aus Und flieg Ich hab nichts anderes gemacht Das war überhaupt nicht zu weit, Alex Überhaupt nicht Ich hab keinen Schwung genommen Nein Ohne Scheiße Ich hab fast nicht ausgeholt Ja, jetzt macht er wieder nix Es ist so schwierig Dieses blöde Spiel zu verstehen Ich hab damit aufgehört Euch die alternative Steuerung zu erklären Die wolltet ihr ja auch nicht Weil die Kacke ist Die ist offensichtlich sehr viel besser hier gerade Vielleicht sollte man was anderes auswechseln Ja, das Spiel zum Beispiel Ja Im Zweifel das So, komm Alex Einmal tief einatmen Ausatmen Achso, ich kann immer noch Du kaffst das Wie viel haben wir denn eigentlich? Ich glaub 22 Schläge oder so Wander eingestellt Jetzt wird's knapp Ich weiß, du hast nichts gemacht Das ist fast wie der Regenbogen Über das Disney-Schloss Regenbogen Oh hey, es ist es Stimmt Wo ist denn der, 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 der Dings hier, der, der Ballon Der kommt gleich Möchtest du einen Ballon? Ich habe rote und gelbe und grüne und blabbel Hallo Ah ja, okay Das ist ja so ein gutes Ins ungewisse Zirkuszelt, okay Ich mach jetzt nix hier Sonst hört ihr mich wieder Dieses eine Wort schreien Kollision Kapau Hä, wo müssen wir denn da hin? Das wüsste ich auch gerne Oh je, jetzt muss ich hier aus dieser Ach nö, wieder zu einem Scheißbrunnen Scheiße Okay Ey, 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 das wird ja eine Freude Jetzt da liegen bleiben? Okay Jetzt bin ich im Brunnen, bist du? Oh je, Mini Hä Oh, nicht Nein, nein Was? Das ist vielleicht draus oder was? Okay, hoch Dann mach ich direkt Dankeschön Bitteschön Ach, ey Was, wo soll ich mich denn da positionieren? Das ist ja Hey, da ist Freddy So Hallo Alter Da hinten Und Penny Da hinten die Fahne Das doch Das ist doch krank, ist das Okay, ich kann da in die Ecke Da ist ja auch noch ein unsichtbares Loch Das kann jetzt nicht sein, weißt du? Ich zoome hier rein, ich zoome hier raus Ich seh nichts, ich seh alles Und dann ist da plötzlich Und das Loch Zoom mich rein und zoom mich raus Die Gefühle müssen raus So Ach, sag Gott Wie soll ich denn das funktionieren? Ui Das war eine Menge Wo seid denn ihr so? Ich verstehe nicht, wie man da hinten hinkommen soll Ja, so wie Daniel das gerade versucht Oh Jetzt hast du ihm geholfen, glaube ich Keine Ahnung Hör doch auf, sobald zu räumen, du dummer Ball Es ist schwer, sich da vorne erstmal zu positionieren Ja Aber jetzt liegst du gut Ah Ist da ein Kassorin? Ein Kassorin Also gefühlt zieht sich diese Map ganz schön, ne? Ich finde aber, sie hat schöne Einfälle Ah Ja, ich bin im Looping hängen geblieben Boing Wir alle sind im Looping Ja, wir alle Oh, ja Schön Party Willkommen im Club So, wer Party, ja Wer liegt zuerst? Okay, ah, shit Ich bin wieder zu viel rollt Nö, nö Nö Ey, dieses Spiel Nein, 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 nein Ach man, bleib doch wenigstens mal da liegen Ah Wo sind wir jetzt hin? Oh Gott Oh Gott Da gibt es ja mal ein schönes kurzes Zeitfenster, was ich nutzen kann Oh Ja, und dann fliege ich aus der Bahn, ey Dann kommt man schräg draus, genau Das ist nämlich Mist Ach, so ein Elend, ey Muss ich da hin Hä, und du? Oh Gott Hä? Hä? Ich bin mitten Was? Bleib da Ja, oh Gott, ist das ekelhaft Danke Okay Bitte, ich helfe irgendwie nur noch anderen Leuten, glaube ich Ich bin ja nicht mehr rausgekommen Ups Oh, das ist Olli Jetzt bin ich da drin, genau Super Achso Olli, hilf mir mal Wie? Kommt man da nicht selber raus, sondern nur, wenn man sich helfen lässt? Weiß ich nicht Oh Gott Guten Tag Ja, super Gangbang hier gerade Ah Ja, danke Ihr habt mich rausgesucht Muss man jetzt lang? Äh Äh Ähm Kann mir mal einer erklären, wo wir jetzt überhaupt lang sind? So soll das funktionieren Und das geht nicht? Hä? Darf man da nicht zu doll machen vielleicht, oder? Ich hab keine Ahnung Ah, ich bin rausgehüpft irgendwie Ja, ich auch Also ich sehe was, aber ich weiß nicht So rechts da hinten Du siehst was, was wir nicht sehen Okay, das ist ein bisschen Das war ein bisschen zu viel Ach, da geht's weiter Okay Ey, wie lang ist denn der Kurs hier? Das ist ja unfassbar Ich hab schon 10 Schläge 14 Oh, Stein Stein Um Stein Auf Stein Hab ich mir auch gerade gedacht, ja Nein Oh, so wollte ich gleich ein Nein Ach komm, ey Blödes Spiel Du blödes Misch Erstmal was sehen Nein Oh Gott Da ganz hinten auf den Kahn rauf Zum Reaper Wie schön Ey Oh nö Oh nö Come on, come on, come on Nein Hüpf nochmal hoch Ja Ja Und Roll 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 Tatsächlich, der rollt rein Abgelaufen Ja toll Oh, die Zeit Oder hab ich aber Glück gehabt Hoffentlich Chucky Das ist eine Rennspiel-Karte Ach nein Alex wird's nicht schaffen Nein, es ist wirklich jetzt Steht da schon als Ne, ist nicht rennen Ist schlagen Boah, er kommt Er kommt Aus dem Weg Hä Was ist denn jetzt los? Game over Wie schnell hätte ich ihn da schlagen müssen? Ja, ich bin in ihn reingerannt Ja, da ist Kollision natürlich minimal uncool, wenn man da ganz hinten liegt Was soll ich denn jetzt noch schlagen hier? Bringt ja nix Nö, jetzt fern die Zeit aus Dann gucke ich euch zu Wie jetzt? Hör auf zu rollen, du scheiß Ball Ich glaube es hakt Wie, wir kommen da jetzt nicht mehr raus? Der hat ja auch noch so eine Jason-Maske auf Das passt ja gar nicht zusammen Oh, jetzt holt er aber auf Ah, da bist du ja wieder Ja Keine Ahnung Jetzt warten wir, bis die Zeit abgelaufen ist Das ist ja doof Startet der nochmal neu, wenn keiner im Ziel war vielleicht? Eine Ahnung Dann gibt es für alle einen Habt noch nicht geschaut Also er ist jetzt im Ziel Wenn Game over dann ist Der wenigstens einer im Ziel Ja So, wir spielen ein bisschen Pool hier jetzt so lange, ja Aber wer darf normalerweise nicht ins Loch? Die weiße Kugel, ne? Wir haben keine weiße Kugel Aber er ist doch jetzt im Ziel, warum? Ja, weil wir die Zeit noch haben Das ist ja völlig egal Bei unserer Zeit muss er ablaufen Ach jetzt, na toll Ach ja Das war ja mal doof Ich wollte den Oli nicht wegschießen, ja? Macht mit mir, was er wollt Ah, ich war gar nicht so weit weg Auch das noch Ja, dann können wir hier ein bisschen Billard spielen Auf engstem Raum, ne? Ja Auch schön War das das letzte? Nö, da kommen noch welche Ja, nee, also dann immer warten Bis die Kugel zum Stehen gekommen ist Und, nee Zum Glück bin ich da am Anfang schon raus gewesen Einen Schlag konnte ich machen Aber nachdem ihr da alle vor mir wart Musste ich so quer spielen Dann war da vorne ja ein Loch gleich Und dann war das Thema auch gleich durch Ich hab's gar nicht schnell genug geschnallt Ich dachte erst, nachdem's kein Racing war Hab ich alle Zeit der Welt Aber gut Ich glaub, das ist der Horror der Map Die Wartezeit Wie jetzt einfach nur grad aus? Das ist ja auch ein schöner Zombie-Friedhof Ich mach hier gar nix, bis ihr nicht alle weg seid Gar nix mach ich Das ist eine Hole-in-One-Runde hier Oh, nein Wo? Äh? Wobei das auch nix bringt Dann schläge ich hier die ganze Zeit rum Ah Oh, danke Kann noch mal einer? Bitte? Ach, jetzt ist es zu spät Ach, so ein Ding Na schön Oh Gott Ja Ui Oh Gott Und wieder zurück Ja, so in etwa, genau Okay Da kann man das echt schnell zu doll machen Tatsächlich Ja Okay Der weibliche Zombie sieht ja cool aus Die hat Schulterpolster Ich weiß ja nicht warum, aber sieht gut aus Die kommt aus den 80ern Ja Die gammelt seit den 80ern Ah Ach, Leute Weißt du, ich find das ja eine super schöne Bestrafung Für den, der dich gerade ausgesucht hat Das könnte halt auch einfach mal klappen Hat's doch jetzt Wie, das ist immer noch nicht fertig Schon wieder so ein Holzgedöns hier Warum geht's denn da? Ach, da Ach Gottchen, ja Oh, nö Da lieg ich ja denkbar ungünstig hier Ah, schönen Dank Ich blockiere mal den Eingang Hallo Ach, Matten Danke Bitte Hoch Ein Wanderlschild Wanderlschild Ach, Mann Was müssen wir denn jetzt machen? Ah Ich schwebe Ah, Mann Ich will doch nur da durch Hä? Jetzt muss ich euch mal ein bisschen beobachten Hä? Ja Okay, ich seh's noch nicht Das X oder wat? Ach, komm jetzt roll hin Ah ja, ok Was passiert jetzt hier? Ich weiß es nicht Die Tür geht auf Guck mal Wir müssen das spielen Achso, ja Okay, und da guckt einer aus der Badewanne Die Badewanne aus Shining Oh, die Tür geht auf Und da ist jetzt ein Bettchen Echt? Ist es die aus der Shining? Oh ja, das ist die aus Shining Cool Ja, Daniel Wieder Shining Merkste was? Guck mal den scheiß Film an Was soll hier passieren? Ich hab's noch nicht geschneit Das ist ein guter Film Ich kann mich auch noch ganz, ganz seich dran erinnern Äh, ja Leave any error in the comments Was ist los? Achso, Daniel Sag, brauchst du nur den Namen der Karte zu nennen Hä? Och Gott Kann man ja gar nichts sehen Äh, jetzt lieg ich hier Das ist ja Ups Wie man auch gefühlt immer ungünstig liegt, ne? Äh Nicht mal rauszoomen kann man Okay, Power Ah, yes Power, power, power Äh Ich höre Mehr Power, würde ich sagen Boah Schnelle, egelige, tapsige Schritte Ach, wie schafft Man Das ist so langsam mal gut hier Ähm Ja Nein Natürlich nicht Ich fürchte, das wird keine Meisterleistung von den Punkten her, meinerseits Das hat aber auch alles viel Schläge gekostet So war Ach du Scheiße Oh Hey, ich hab Lava Cowboy Naja, toll Schön Toll Ja, meine Freunde, das war's Das war der blanke Horror Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt Dann geht doch einfach mal bei Spielsatzfail dem Oli vorbei Der hat ganz viel geileren Kram als die Map, die wir gerade gespielt haben Oder geht zu Manari, die hat auch coole Sachen Oder schaut bei uns mal vorbei Wir haben auch ein, zwei geile Sachen Ja, ich verabschiede mich jetzt und Viel Spaß, der Nächste, der die nächste Map aussucht, ne Bis denn, ciao, ciao Ja, tschüss Unheimliche Grüße Tschüss Also mich hat das alles nur abgeschreckt Ich hau jetzt ab Ja, tschüssig beruf nu ist esugia來到 Also Ne